Also, heute kein richtiges Video für mich, also habe ich einfach das hier aufgenommen, hört zu. Gar nicht schon damit, ein richtiges Video vorzubereiten, das die Geschichte des Kontinuums in nie dagewesener Art weiterführen sollte. Aber ich habe mich dagegen entschieden, aus dem einfachen Grund, dass das nicht wirklich etwas Besonderes ist. Jede Kontinuumgeschichte führt die Geschichte in nie dagewesener Art weiter, wie jeder wissen sollte, der mehr als eine davon gehört hat. Mit anderen Worten fehlte es mir in einer Idee, die sich wirklich von den anderen Videos auf meinem Kanal unterscheidet. Was für sich allein jedoch eine nicht unerhebliche Aufgabe ist. Alles, was sich mir zeitlich und materiell bietet, ist bereits in einer oder anderer Form in Gange. Reine Real-Life-Videos sind nicht wirklich etwas Neues. Gaming-Videos ebenfalls nicht. Lange Hörspiele, gerne besonders und zu unüblichen Themen ebenso wenig. Man siehe Undertale und Pokémon. Nein, im Rahmen der Videoinhalte, die ich hier auf dem Kanal präsentieren möchte, schöpfe ich bereits einen Großteil dessen aus, was ich zu leisten mich selbst antreiben kann. Nein, das einzig Neue, das leicht von der Hand geht, ist für mich eben diese Form der Metadiskussion, die es mir ermöglicht, Inhalt aus dem Nichts herbeizuzaubern, indem ich darüber spreche, keine Inhalte zu haben. Zu diesem Dilemma gesellte sich nun zu diesem Wochenende, dass ich auch für den heutigen Tag kein Video vorbereitet hatte. Und auch spontan keine Idee für etwas Würdiges und dennoch Einfaches und Schnell zu Produzierendes kommen wollte. Eine winzige Kurzgeschichte ist schnell geschrieben. Universen, in denen ich alle nur erdenklichen Abenteuer unterbringen könnte, sind keine Mangelware. Und es wäre kein Problem, mir schnell noch etwas aus den Fingern zu saugen. Aber das genügt schlechterdings nicht meinen eigenen Ansprüchen. Ich könnte selbstverständlich heute eine kurze Geschichte über eins der zahlreichen Universen schreiben und vorlesen, in denen das Kontinuum und andere geplante Projekte spielen. Aber das kommt mir zu nah an ein gefährliches Dahinschludern heran. Das Fehlen eines Videos für den heutigen Tag rührt nicht einmal aus meiner beispiellosen Faulheit. Und oh ja, diese ist durchaus oft und gerne ein Grund für Verspätungen und Aufschub. Nein, diesmal ist es keine Frage der Arbeitsmenge. Die nächsten vier Geschichten sind fertig geschrieben und warten nur auf ihre Vertonung. Und gerade heute sitze ich an der fortgeschrittenen Planung der Jurassic Park-Geschichte, die sich neulich durch eine Umfrage auf Twitter als gewünschte nächste Hörspielgeschichte herausstellte. Mit diesen komplexeren Projekten weitgehend ausgelastet, fehlte es heute Morgen an Motivation und Inspiration für ein richtiges Video. Und das trotz meiner Aspiration zur Feier der 900 Abonnenten ein besonderes Video hochladen zu wollen. Und so, da ich Samstag Nacht noch immer nichts habe, das ich hochladen könnte, sage ich, ach fuck it und schreibe einfach darüber, wie ich keine Lust habe, mir mehr Mühe für das heutige Video sowie das Abonnentenspecial zu geben. Und das ist auch der Grund, weshalb ich hier im Laborkittel mit einem Flachmann, welcher mit nichts anderem als klarem Wasser gefüllt ist, stehe, eigenartig posiere und verträumt in die Gegend schaue. In der Hoffnung, dass niemand den Betrug mitbekommt, den ich hiermit rein praktisch gesehen an all jenen begehe, die sich ein richtiges Video von mir gewünscht haben. Sei es aus Gewohnheit, da es heute Sonntag ist, oder aus einem Gefühl von Errungenschaft, zu einer Gruppe von über 900 Leuten zu gehören. Sei es, was es will, das hier muss reichen. Oh, und übrigens, weil wir noch Zeit haben und weil sich an anderer Stelle sicher selten Platz dafür bieten wird, im August kommt mein erster Kontinuum-Roman raus. Die allererste Geschichte, der Meister des Chaos, den man jetzt bereits schon als Hörspiel hören kann. Natürlich deutlich ausführlicher beschrieben und ja, ihr solltet ihn euch auf jeden Fall kaufen. Over and out. Ich glaube, ich bin jetzt durch. Von daher, das war das Video für heute und danke fürs Abonnieren, wenn ihr mich abonniert habt. Wenn nicht, weiß ich nicht, was ihr hier sucht. Also, dann abonniert jetzt. Macht einfach. Es ist mir relativ egal, was ihr tut, aber wenn ihr mich abonnieren wollt, ist das sehr gut, weil ich habe bald die 1000 erreicht und das wäre einfach, das würde das Ganze hier etwas beschleunigen. Ja, dann muss ich auch hier sowas nicht so oft machen. Ja, wobei eigentlich bedeutet das, dass ich das öfter machen muss, weil ich für Abonnenten-Special grundsätzlich relativ wenig tolle Ideen habe. Naja, vielleicht kommt er beim nächsten Mal im Making-of oder irgendwas sehen. Ich gucke einfach mal. Bis dahin, gute Nacht. Feuerwehr-Großeinsätze. Ist auch schön, wenn sowas die Aufnahme behindert. Ja, ich gucke einfach mal.